Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik und zwar heute mit wieder mal einer Zugabe. Dies gibt es nämlich hier, was man sieht, für 80 Euro. Naja, also wenn man 80 Euro im Store oder Shop von Lego ausgibt, gibt es das hier dazu. Einen Wert hat es laut Lego wohl von ungefähr 20 Euro und es ist die Winkelgasse im Klein-Mikrofiguren-Format. Das kennen wir ja schon vom Hogwarts-Schloss und es besteht aus insgesamt 374 eher kleinen Teilen. Und wenn der Vorrat reichte, dann sollte es noch bis zum 21. November eben zum Einkauf mit in die Tüte bzw. ins Paketzer wandern. Und ob es sich denn lohnt, 80 Euro im Shop oder Store von Lego auszugeben, der tendenziell eher bei einigen Dingen etwas toller ist, Das schauen wir uns jetzt an. So, nach ungefähr einer dreiviertel Stunde Bauzeit, vielleicht auch sogar nur so eine halbe, steht die gesamte, naja, zumindest ein Teil der Winkelgasse vor uns. Und wir enthüllen sie. Da ist sie inklusive eines Riesen bzw. einer Minifigur, nämlich Mr. Ollivander. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. So, da ist er, Mr. Ollivander, sprich seines Zeichens, der Herr, der die Zauberstäbe verkauft. Und wie gut, dass er gleich noch ein gutes Stück auch in der Hand hält davon. Eins von den Neuen, die sich ja sogar ein bisschen hier in der Hand drehen lassen. Und Mr. Ollivander ist bisher nach meinem Wissen, glaube ich, erst zum zweiten Mal überhaupt in den Harry Potter Sets. Und zum ersten Mal auch mit so wallendem Haar. Das letzte Mal war das Haar noch deutlich glatter. Und das war nämlich 2011 in dem großen, mit über 2000 Teilen bestückten Set zur Winkelgasse. Na gut, aber immerhin, wir haben eine Minifigur dabei, weil, das habe ich ja schon verraten, das ganze Set befindet sich ansonsten ja im Mikrofigurenstil, so wie ja auch schon das Hogwarts-Schloss. Und da passt er natürlich eigentlich gar nicht rein. Aber nett, dass man sozusagen für diese Sammler-Ausgabe, wenn man sie dann so bezeichnen will, ihn dann auch noch dazu gepackt hat. Und er hat nicht nur dieses schöne altmodische Hemdchen hier an, sondern er hat, ja gut, auch noch die Johannes Brahms Gedächtnisfrisur und zwei Gesichter, wie wir jetzt gleich sehen werden. Einmal so. Man muss sagen, ohne die Haare wirkt das irgendwie gruselig. Das ist eher ein Zombie. Und da haben wir die Rückseite und die sieht noch zombiehafter aus, wenn die Haare fehlen. Wenn sie wieder dran sind, dann geht das Ganze. Aber gut, er muss ja auch kämpfen, also darf er auch mal erschrocken gucken. Ja, schön, dass er dabei ist, aber wir wollen uns natürlich vor allem jetzt mal die Winkelgasse angucken. Verschaffen wir uns erstmal einen kurzen Überblick. Wir haben nämlich einmal die Vorderseite. Wir sehen das gute Teil von oben und sogar von hinten ist nicht nur Staffage, sondern man kann sogar ein bisschen reingucken. Das werden wir uns gleich auch nochmal genauer angucken. Zumindest bei der Bank sieht man, ja, da sind hier auch, ich weiß nicht, ob das die Drohren sind, mit denen man dann unterirdisch weiterfahren soll. Oder ob das tatsächlich dann irgendwie, ja, Güldenes sein soll. Beziehungsweise auch hier im Scherzartikelladen gibt es ein paar Scherzartikel. Aber gut, wir wollen uns das natürlich gleich detailliert angucken. Was ich erstmal zeigen will, ist, hier gibt es keine Aufkleber. Okay, man fragt sich, warum auch nicht. Es ist ja nichts beklebt. Doch, hier unten, nämlich diese schönen Fliesen, die man ansonsten, glaube ich, auch gut für andere Sachen nochmal verwenden kann. Die sind wunderschön bedruckt. Da, diese Steinmuster drauf. Das ist nicht aufgeklebt. Das gehört so. Und davon haben sie gleich mal eine ganze Reihe hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dazu gepackt. Also, die sind cool. Man sieht, ob man die auch nachkaufen kann. Weil damit kann man, glaube ich, schön auch Städte dann, ja, entsprechend den letzten Schliff noch geben. Ja, ansonsten gucken wir uns die 1, 2, 3, 4, 5 Gebäude jetzt mal ganz detailliert an. Und wir starten mit der Bank. Gringotts ist das hier. Sehr oberirdisch hier erstmal gelegt. Auch mit einer schönen Kuppel davor. Eine Statue auf der Straße. Und, ja, man hat das Gefühl, das könnte tatsächlich allein schon durch diese Säulen, die hier angedeutet sind, die ansonsten aber gerne, wenn man sie ein bisschen schief einbaut, auch sich verschieben. Kann man auch wieder reindrücken. Die sind also variabel. Also, ja, es hat einen Banklook. Eher etwas nüchterner. Ansonsten weiß man ja auch, Gringotts geht auch ein bisschen in die Tiefe. Und ich sagte es ja gerade eben schon, hinten ist auch ein bisschen was. Nämlich diese Säulen, die noch ein bisschen hinten interessante Optik dazugeben. Und dieses hier, was ich ja gerade eben schon sagte, bin mir nicht ganz sicher, was es genau darstellen soll. Dann kommen wir als nächstes zu diesem Gebäude hier. Das ist nämlich das Geschäft von Ollivender. Ja, man sieht, es ist eher auf Schaufenster ausgelegt. Und die, finde ich, kommen auch ganz gut. Das sind natürlich einfach nur so, ja, ründe Vierer. Aber dann noch durch dieses Goldene dazwischen hat es tatsächlich ein bisschen diesen Schaufenster-Look. Ansonsten muss man es auch natürlich wissen. Also, dass das jetzt Ollivender ist, das steht Gott sei Dank auf der Packung nochmal drauf. Ansonsten hätte man es vielleicht noch irgendwie erraten können. Da ist hinten jetzt nicht mehr so viel los. Also, nee, da ist nichts. Was ich hier übrigens gerade noch umgekippt habe, hier vorne befinden sich auch noch zwei schöne Laternen aus zwei Teilen gebaut. Dann kommen wir zum Buchshop. Das grüne hier nämlich, das ist Flourish and Blots. Da kennen wir ja auch, glaube ich, im zweiten Teil, wo diese Lesung da auch stattfindet, diese seltsame. Genau, also, genau, da gibt es die, haben wir auch wieder hier unten, wie wir sehen, das Schaufenster. Wir können hier dann, oben sind es ein paar weitere Fenster. Hier ist angedeutet, wo Schilder die dann raushängen und sogar ein kleiner Schornstein, der hier reingebaut wurde. Dann, hier gibt es natürlich den Nimbus 2000 und nachher auch den Nimbus 2001. Das ist nämlich der Quidditch-Bedarf, den man hier bekommt. Und dazu gehören natürlich auch hier unten die fliegenden Besen. Hier ist tatsächlich auch der Stil ein bisschen anders. Neben Schaufenstern da und dort haben wir jetzt hier dieses Gittermuster davor. Das finde ich auch schön gelöst. Hier noch auch angedeutet, so ein Schild, das da in der Gegend rumfliegt. Hier ist wahrscheinlich auch dann irgendwie so ein kleines Schildchen oder ähnliches. Hier eine große Fackel, zumindest sieht sie so aus. Und auch hier haben wir wieder Schornsteine. Ja, auch allein schon dieser Stift, der quasi ja dann den fliegenden Besen darstellen soll. Den finde ich auch wieder ganz süß gelöst. Haben wir aber auch schon beim Hogwarts-Schloss als Lösung gehabt. Und das Coolste, das haben wir hier ganz rechts natürlich von den Weasleys, nachdem sie sich ja ein wenig selbstständig gemacht haben. Da haben sie ja die zauberhaften Zauberscherze jetzt im Angebot. Und das kennt man ja auch, diesen Herrn hier, beziehungsweise haben wir auch wieder so ein Gesicht, das auch wirklich so riesig dann ja natürlich im Verhältnis ist mit diesem Hut, der immer dann automatisch abgenommen wird. Und da ist, glaube ich, auch mal so ein Hase, der dann verschwindet. Das ist, glaube ich, der Gag daran. Also dieser Einlass, den haben sie sehr schön hier mit diesen Parteien dann nachgebaut. Das Ganze ansonsten so in Friends-Farben. Cool, wieder hier auch mit den Schaufenstern, die angedeutet sind. Und ja, der Hut ist natürlich ein bisschen anders. Er ist hier raufgesteckt, wie wir sehen. Und nicht die Hand greift ihn, sondern er steckt da irgendwie drüber. Ob das Weiß jetzt das Kaninchen sein soll, das kann man sich so ein bisschen denken. Aber von Ferne auf jeden verwirkt es, als wenn diese Hand ihn greift. Den können wir ansonsten, die Hand hier sieht man, so ein bisschen beiseite schieben. Auch hier in Schornstein. Und ich sagte es ja schon, hinten ist da zumindest auch noch ein bisschen was los. Wir sehen es nämlich hier. Da gibt es nämlich getürmt wahrscheinlich ein paar Scherzartikel, die in der Gegend rumstehen. Hier haben wir noch so eine kleine Gasse, die da durchgeht. Das muss ich jetzt schreit, bin ich örtlich nicht mehr ganz so fit. Wobei ich übrigens auch dachte, Gringles wäre auch gar nicht in der Winkelgasse. Dann Noctumgasse oder so eine andere war das doch, glaube ich. Naja, egal. Gringotts, nicht Gringles. Pringles, genau. Da gab es die Pringles. Ne, also hier noch so ein schöner Durchgang dann daneben. Gut, ja, mehr ist es dann allerdings auch nicht. Es sind etwas unter 400 Teilen. Ich sagte ja schon, die große Winkelgasse, die ich unheimlich gern auch hätte, muss ich zugeben, die hatte ja über 2000 Teile. Die war natürlich irgendwie noch cooler. Aber im kleinen Maßstab ist das schon nett. Was fehlt ist, und das hätten sie natürlich meines Erachtens gerne noch dazu packen können, die Minifiguren nicht. Gut, die haben wir ja schon, so eine Mikrofiguren. Die müssen wir uns eben denken oder da, so wird es dann gepasst. Dann gepasst es auch mit den Größenverhältnissen. Wenn die nämlich noch dabei gewesen wären, das ist jetzt eine aus dem Hogwarts-Schloss. Wenn wir das mal daneben halten, hier der Ollivander. Gut, da kann man jetzt ein bisschen Gulliver nachspielen. Ansonsten, ja, wie gesagt, der ist leider nicht dabei. Weg damit. Ein schönes Teil, muss ich sagen. Obwohl, vor dem Fazit, da gibt es nochmal einen ganz kurzen Blick in die Bauanleitung, die leider auch so ein bisschen geknickt ist. Ansonsten hätte sie hier auch nicht in die Packung gepasst. Naja, gut, die Bauanleitung ist, glaube ich, jetzt auch kein Sammelobjekt. Hier sehen wir, es wird in zwei Tütengruppen gebaut. Erst der Untergrund und dann werden die Gebäude entsprechend hochgezogen. Und ja, Gott, der Rest ist wenig überraschend. Da ist nichts, was jetzt irgendwie drin ist, was man nicht erwarten würde. Vielleicht höchstens, dass bei Gringotts, da sieht man es hier, das Ganze auch so ein bewegliches Teil zwar gebaut ist, aber dadurch, dass die Ränder überall gegenstoßen, wird das jetzt nicht zu etwas, was man wirklich drehen könnte. Also mechanisch ist da natürlich nichts. Und am Ende gibt es da noch ein bisschen Werbung für die anderen Harry Potter Sets und natürlich auch für ein paar Minifiguren, die es dann dazu gibt, die will ich ja auch nochmal darstellen. So, und jetzt noch das Fazit. Ich finde es cool. Also passt sehr gut von der Größen, von den Größenverhältnissen für so ein kleines Zugabenset ist es eigentlich wirklich etwas, was, glaube ich, der Harry Potter Fan auch haben muss. Es wird immer gesagt, es passt ja so schön zum Hogwarts Schloss, aber örtlich natürlich nicht. Also man kann es ja nicht daneben stellen, weil das hier ist London und Hogwarts Schloss ist schon ein paar Kilometer davon entfernt. Hogsmeade hätte man da natürlich dann zupacken können, aber macht nichts. Also trotzdem, das stellt sich schön hin und der echte Harry Potter Fan, der wird auch viel wieder entdecken. Ich finde es auch sehr nett, wenn das Ollivander jetzt noch dazu gepackt wurde. Auch wenn er eigentlich ja da gar nicht so richtig reinpasst, außer natürlich, dass sein Geschäft hier ist. Also sehr cool, wenn man sich mit diesem Mikroluck dann auch entsprechend anfreunden kann. Ein einzig bedauerlich finde ich, dass sie nicht noch ein paar zumindest von den kleinen Mikrofiguren dazu gepackt haben oder zumindest zwei, drei, damit hier ein bisschen auf der Straße was los gewesen wäre. Aber gut, wie gesagt, wer das Hogwarts Schloss hat, der hat da natürlich jetzt nicht das ganz große Problem. Und schön vor allem hier auch mit dem Hut und so. Also wirklich eine schöne Sache, selbst auch, dass von hinten ein bisschen was, naja, nicht viel, aber ein bisschen was zumindest los ist. Die Frage ist, lohnt es sich? Na gut, es lohnt sich natürlich jetzt nicht für 80 Euro. Also wer gar nichts im Lego Store findet, der wird das jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt besorgen müssen. Es hat laut Lego einen Wert von ungefähr 20 Euro. Und ich vermute mal, es könnte sein, dass irgendwann das auch mal in den Shop sein könnte. Man weiß es allerdings nicht. Diese Sets tauchen dann ja manchmal plötzlich überraschend doch nach einem Jahr oder nach einem halben auf. Und dann gibt es die für 20 Euro. Und 20 Euro finde ich wäre auch okay. Ist ein fairer Preis. Das reicht mit der Minifigur dazu und dem Gesamten. Was eigentlich allerdings wieder auch Lust darauf macht, die große, große Winkelgasse nochmal zu bekommen. Da hoffe ich ja aufs nächste Jahr, dass sie das Ganze doch noch fortsetzen. Dass es ein Erfolg war und dass es auch die große nochmal geben wird. Lassen wir uns überraschen, was da noch passieren wird. Ich finde es auch schön, dass hier bedruckt ist, das Ganze. Und wer sowieso im Store was einkauft und so ungefähr 20 Euro da einpreist für, was er vielleicht mehr ausgibt, als wenn er das im freien Handel was kaufen würde, denke ich mal, macht jetzt nicht so viel verkehrt. Also für den echten Harry Potter Fan ist das, glaube ich, fast schon ein Must-Have. Genau. Nö. Also gab deutlich schlimmere schon als Zugaben. Und damit sei es das dann auch für heute mit der Klembaustein-Lyrik gewesen. Wir sehen und hören uns dann wahrscheinlich schon in wenigen Tagen wieder mit was ganz anderem. Wer weiß was. Und natürlich abonnieren, nicht vergessen, Glocke klicken, Daumen hoch, machen sie doch was sie wollen. Und ihr bitte auch. Und vor allem Lego bauen. Nicht vergessen, Lego bauen. Das beruhigt und entspannt die Nerven. Tschüss. Tschüss.